Ganz normale Leute. Er könnte dein Nachbar sein. Entwerfen und konstruieren. Lasst uns was Verrücktes tun. Fantastische und spektakuläre Erfindungen, auf die die Welt gewartet hat. Ich werde den schnellsten Bürostuhl der Welt bauen. Hier ist er. Aus dem Nichts gezaubert. Funktioniert das? Mehr oder weniger. Um Gottes willen. Halten Sie besser Abstand von Ihrem Fernseher. Unglaubliche Erfindungen. Montags ab 20.15 Uhr auf National Geographic. Jedes Mal, wenn wir fliegen, legen wir unser Leben in die Hände von Maschinen und Piloten. Falls aber ein Flugzeug in die Tiefe stürzt. Beginnen Nachforschungen, die die Flugsicherheit für immer verbessern sollen. Denn hinter jeder dunklen Wolke gibt es auch Licht am Horizont. Die neue Staffel Mayday. Alarm im Cockpit. Mittwochs 20.15 Uhr auf National Geographic. Dienstags. Natur hautnah erleben. Nichts auf unserem Planeten ist so vielfältig. Nichts so erfinderisch. Nichts so faszinierend wie die Natur. Ein ewiger Kreislauf. Der Leben hervorbringt. Und es wieder nimmt. Seit Millionen Jahren gestaltet sie unseren Planeten. Seit Millionen Jahren hält sie unsere Erde am Leben. Erleben Sie Engie Natur. Dienstags ab 20.15 Uhr. National Geographic. Erlebe Wissen. Faszinierende Inselwelten. Faszinierende Inselwelten. Wunderschön und zugleich geheimnisvoll. An fünf Dienstagen in Folge. Ein Mikrokosmos voller Traditionen. Einzigartiger Natur. Und besonderer Menschen. Bildung kann unser Dorf verändern. Faszination Inselwelten. Ab 20. März 2015 auf National Geographic. Es sollte eine einwöchige Mittelmeerkreuzfahrt werden. Ein schöner Tag. Für viele die Erfüllung eines Lebenstraums. Haben Sie Titanic gesehen? Als alle die Rettungsboote stürmen. Genau so war es. Doch Frauen und Kinder zuerst hieß es diesmal nicht. Die Havarie der Costa Concordia. Freitag, 20.15 Uhr. Auf National Geographic. Eines der kühnsten Bauprojekte der Welt erstreckt sich 5,5 Kilometer in den Persischen Golf.